Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels und wir vergeuden keine Zeit und starten mit nem Bottle Run. Das ist doch mal ein schöner Anfang. Und, ja, das ist ein Anfang, den wir vor allen Dingen schon mal hatten, denn das Level haben wir doch gestern schon gezauft. Aber ist egal, wir nehmen trotzdem den Victory dankend an. Top! Und dann müssen wir gleich mal drauf achten, Levels vom 22. Oh, Assassin's Creed 2. Das hört sich doch cool an. Assassin's Creed auf nem Segway. Oh yeah. Nimm das. Oh, Moment. Nein, wir hängen... Achso, ich dachte schon, wir hängen hier fest. What? Diesen Segway werde ich nie verstehen. Wo ist denn unsere Beine hin? Strike. Das war ein einfacher Victory. Schon der zweite. Wir sind nicht mal eine Minute im Video. Okay, den Bottle Run hatten wir ja gestern schon mal und der war auch nicht wirklich schwer so. Glitch, lols. Das nehmen wir sicherlich nicht. Heart Donation. Fun Motocross. Fun Level. Das hört sich spaßig an. Okay. War es das jetzt schon? Ja, ich dachte eben hier schon. Das war es schon wieder. Warte mal. Wir müssen wir die ganzen Coins einsammeln. Ich meine, die können wir die nicht auch ignorieren. Können wir hier ein Backflip? Oh nein, kein Backflip. Okay. Kein Problem. Wir sollten uns... Nein. Oh, what? Aufs Fahren konzentrieren. Jetzt... Komm schon. Wir schaffen dieses Level nicht, weil wir es geschafft haben, hier nicht mehr... Auf ein neues. Wir haben ja Zeit. Sind ja noch früh im Video. Können wir schon mal dieses einfache Level einfach wiederholen. Dann sammeln wir doch mal... Das gibt es doch nicht. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Dieses blöde Motocross. Das ist doch... Komm schon! Bin ich jetzt gerade schon ein bisschen... Ein bisschen aufgeregt. So, und da vorne war ja eine Mine, die... Wir ignorieren die blöden Coins jetzt einfach mal. Ich möchte das jetzt hier einfach packen. Denn so spektakulär ist das Ganze jetzt hier auch nicht. Oh yeah. Kommen wir hier hoch? Wow, snap. Ich würde schon ganz gern irgendwie mal backflipen. Egal, der Victory. So, schnell weiter. Denn das Level war sehr unspektakulär. Es war nicht schlecht, aber... Oh, Extreme Game. Aber eben jetzt auch nichts... Super Awesome-Mäßiges. Okay. Ich dachte schon, als wäre es gewesen. Aber hier geht es weiter. So. Nein. Oh, snap. Oh, Harpune. Kein Problem. Ja, KFC. Yum, yum. Oh, ich war lange bei... Äh, lange nicht mehr bei... Wow, snap. Bei KFC. Müsste ich eigentlich mal wieder machen. Oh yeah. Obwohl ich... Über... Nein! Yes! Obwohl ich bei denen auch mal irgendeine ganz, ganz korrupte Geschichte gehört habe mit... Okay, Massentierhaltung. Ich meine, letztlich ist bei jedem Fast-Food-Ding irgendeine Massentierhaltung um die Preise niedrig zu halten. Aber das ist auch völlig Banane. Wir sind jetzt in Happy Wheels und nicht bei... Reden wir über die Pros und Contra... der... der Massentierhaltung oder sonst was. Ähm, 22. So. Oh, so. Bro. Warte mal. Komm schon. Bitte lasst hinter uns den... den Victory geben. Okay, komm schon. Ja, was für ein... Nice, der Wurf. So, komm schon. Nein. Oh, sorry. Nein, ich wollte... Oh, mein Leg. Ja, ja, dann fall auch um. Nein. Oh. Screw it. Dang it. Oh. Nein. Und wir haben schon wieder das Kind abgeworfen. Komm schon jetzt. Huah. 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 Yeah. Headshot. Wo ist denn jetzt mal... Was macht denn... Ey, ich hasse Sawthrow. Ach, krass. Jetzt geh an das blöde Schwert ran. Wieso kommst du denn noch nicht ran? Doch jetzt. Irgendwie muss das arme Kind hier die ganze Zeit mega leiden. Huah. Ja. Und die Frau ebenfalls. Wir probieren das jetzt nochmal. Ach so, warte mal. Hä? Aber was ist denn der Trigger? Ist der Opa der Trigger? Jetzt komm schon fall runter. Yes. Perfekt. Da muss man sich gar nicht groß die Mühe machen. Killen einfach den Opa. Oh, warte mal. Angry Birds hatten wir gestern aber auch nicht. Deshalb können wir das mal ausprobieren. Hm. Okay. Ach so. Hier sieht man einfach nur... Das Ding. Aber ich geh mal davon aus, dass es am Ende einen Victory gibt. Oh, Leute. Heute machen wir die ganz schweren Level. Ich meine, hatten wir schon irgendein anspruchsvolles, wo ich 7000 Mal gestorben bin? Oder es reicht ja schon, dass es ein leichtes Level ist, wo ich 7000 Mal sterbe. Aber ein Harpoon Run, das kann wieder... Spaß nicht werden. Und da muss man rankommen? Warte. Ja. Das ist doch nur dazu da, um den Sohn auszuschalten, oder nicht? Sohn. Screw you. Schlagtechnik auf dem... Wir stecken fest. Nein. Oh, screw it. Hallo. Ja, ach, das ist doch völlig... Ja. Komm schon. Jetzt. Ey, du blöder Bruder. Ach, kommt schon nach vorne lehnen? Au. Als. Das ist denn das. Das ist doch... Lass mich in Ruhe, du blöde... Boah. Ne. Ey. Ey, ich nehme mal einen anderen Typen. Change Character. Warte mal. Der... Ne, der kracht die doch vollkommen... Rein. Warte mal. Wir nehmen den Opa. Und da können wir doch jetzt Gas geben. Komm schon. Jawohl. Nein. Ey, das ist doch sowas. Das ist doch... Was ist denn das für ein Scheiß? Ey. Jetzt mal ganz ernsthaft. Der Pogo-Typ... Oh, what? Achso. Das geht auch einfach darum. Ah, jetzt habe ich... Ich habe ungefähr eine Minute gebraucht, um das zu checken. Ey, aber das ist doch kein Harpoon Run. Das geht letztlich nur darum, jetzt hier die ganze Zeit Gas zu geben. Ach, wir machen weiter. Da ist ja aber auch nichts hier. So, Awesome Pogo Rainbow Ramp. Hatten wir das gestern? Ne, ich glaube nicht. Ne, oder? Ne, ne, ne. Ich glaube nicht. Aber das sieht ziemlich spaßig aus. Oh, weee. Oh, snap. Okay, unser Sohn hängt in unserem Dingensierfest. Seht ihr das? Mega sick. Wir werden auch begleitet. Wow. Bonkers. Hallo. Yes. Wichtig. Oh, das war ein mieser First Try hier. So, Moment. Flying Airplane. What? Oh, oh yeah. Oh yeah. Wie wir hier abgehen. Wie wir fliegen. Ach so, wir können ja auch nochmal ein bisschen Gas geben. Aber wir heben nicht ab. Ach so, jetzt. Ja. Tom. Okay, wir probieren es nochmal. Aber. So. Jetzt zünden wir hier unsere Rakete. Das ist doch keine... Oh, nein. Wer macht denn sowas? Wer denkt denn... Oh, das sieht aber gut aus, das Flugzeug. Komm schon. Jetzt ins Ziel. Abspringen. Jawohl. So, schnell mal weiter. Also. Hier sind aber nur noch welche vom 21. Aber ich meine, so weit unten waren wir das letzte Mal. Ich nehme mal wieder mal einen Ropeswing. Okay. Let's do this. Okay. Okay, Novize. Hier. Ja, perfekt. Walls. Nö. Wie kann man denn da sterben? Das gibt es doch nicht so. Jetzt halte ich einfach flach. Flach. Okay. Und sich den Arm ab... Ey. Ich fall hier... Ich fall hier irgendwann nochmal vom Glauben ab. Halt dich... Warte mal. Wir haben ja noch den einen Arm. Komm schon. Ey. So, warte mal. Wir probieren das einfach mal. Nein. Nein. Nicht da raus. Nein. Fall doch einfach mal richtig. Das ist doch jetzt nicht schwer. So. Wir wollen... Nein. Nicht in... Halt dich fest. Halt dich... Genau. Halt dich einfach fest. Dann Intermediate. Ja. Das ist was für uns. Oh yeah. Oh snap. Das sieht doch gut aus. What? Äh. 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 What? Warte mal. Dann nehmen wir doch lieber Novize. So. Moment. So. Komm schon. Jetzt hältst du dich hier easy fest. Genau. Ah. Nein. Nein. Oh. Du willst mich doch verarschen. Du. Komm schon. Nach da vorne. Ja. Nein. Äh. Nein. Oh. Willst du... Ey. Das kippst du doch nicht. Wieso... So. Jetzt fall einfach nur gerade runter. Genau. Jawohl. Wow. Dass wir das geschafft haben. Ich glaube wir gehen mal zu Expert über. Das ist mehr was für uns. Weil das war vielleicht... Das hat uns alles so ein bisschen unterfordert. Wir warten. Wir gehen zurück zur Novize. So. Komm schon. So. Jetzt fall hier richtig. Genau. So. Last try. Novize. Oh. Und jedes Mal bricht man sich da die Beine. Okay. Wir brauchen die auch nicht wirklich. Komm schon. Jetzt. Äh. Yes. Okay. Halten uns hier fest. Jump. Oh. Snap. Komm schon. Yes. No. Okay. Last try. Okay. Last try. Okay. Komm. Das schaffen wir jetzt. So. Hier. Easy peasy runter. So. Komm schon. Okay. Wir haben uns noch nichts gebrochen. Das ist durchweg positiv. So. Hier kommen wir jetzt auch dran. Oh. Leute. Oh. Snap. Holy. Bonkers. Jetzt. Komm schon. Jawohl. Okay. Dabei belasten wir das jetzt aber auch mit diesem Level. Denn die anderen waren einfach zu sick. Robot Bowling. Okay. Äh. Moment. Moment. Äh. Äh. Okay. Warte mal. Hä? Ich drück das jetzt. Achso. Oh. Wo ist mein Victory? Ne? Haha. Okay. Lassen wir das einfach mal. Äh. M-m-m-m-m-m-m. Put your sounds low. Spike run. Spike run ist doch mal was Gutes. Okay. Do a front. Warte mal. Jetzt ein Frontflip. Achso. Okay. Cool. Ja. Ja. So ne Mann. Warte mal. Das ist doch eigentlich gar nicht. Ich sag einfach mal nicht, was ich eben gerade sagen wollte. So. Komm schon. Zack. Bisch. Fallen hier runter. Easy. So. M-m-m-m. So. Zack. Hieran. Oh yeah. Holy Crackers. Hu. Oh. Snap. Komm schon. Komm schon. Nein. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jawohl. Yes. Okay, das muss ich sagen war ein spaßiges level vielleicht auch nur weil ich relativ schnell geschafft habe Was haben wir denn? Oh, we 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 table smash Das war Man da hat mein gehirn kurz ausgeschaltet Wir wollen ihn doch It's yes, oh yeah Okay, das sah nicht aus wie ein table smash, so kommt schon Okay, warte doch mal das macht irgendwie spaß Okay, moment Und jetzt hier, tombstone power bomb Das war noch zeiten damals wo es noch bwf hieß, oh yeah, das war mal ein richtig guter treffer, dann können wir ja auch weitergehen The big world Okay, schauen wir uns doch mal an, wie groß die letztlich ist Happy wheels park Nee, komm, das hatten wir glaube ich bestimmt schon zwei, dreimal in diesen, in meinen ganzen parts My first level, schauen wir uns doch mal sein erstes level an Okay, holy macaroni, wir fliegen ganz weit, das nicht, das nicht unbedingt, oh snap, was negativ ist, oh yeah, oh yeah Victory, oh nein, eine Abrissbirne Nein, oh Hey Oh, ja, ist ja gut So, komm schon, einfach weit fliegen Genau, oh Jetzt müssen wir nur die Abrissbirne überlisten Okay, wir werden sie so überlisten, indem wir einfach nur Gas geben Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, oh yeah Heute kauen wir aber auch ordentlich Levels durch Pogojump Extreme, my first Harpoon run Das haben wir glaube ich auch gestern noch nicht gehabt Okay, guck, das ist doch, das ist ein Harpoon run Oh, nein, oh, screw it Oh yeah, oh yeah, das sieht gut aus Nein Ey, das ist doch Warte mal Wenn wir vielleicht fliegen Komm schon, komm schon, genau so Genau so, oh yeah Oh, aus dem Radradius Nein, nein, nein Geht bloß weg Nein Warte, wir leben noch, wir leben noch, oder? Mann Okay, jetzt aber Komm schon, links und rechts Nein, wir verlieren Kippo Oh yeah Nein Ey, jedes Mal, wenn ich sag, oh yeah, oh snap, oh, das läuft gut Dann kriegen wir Und wer hupt da draußen schon wieder, unglaublich So, komm schon, komm schon Yes Komm, ja, 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 ja Zwei Dinger noch Komm schon Jawohl Auch wenn wir am Ende noch unseren Kopf verloren haben Ähm, vielleicht, das hatten wir schon Bloodrain Xbox or PS3 So, nennen wir das mal Bloodrain Ähm Hm Ähm Wow Was war denn jetzt der Sinn, die... Okay, es heißt Bloodrain und es regnet jetzt auch Blut, aber Ich hab's mal überhaupt nicht bestanden Okay, Impossible 99% Top Nehmen wir wahrscheinlich den Pogo Typen Holy Crackers Höh, nein Oh shit Shit Höh, warte mal, oh, wir können aber bestimmt antäusch hier so Uaaaaat Äh, man Kann schon, jetzt Oh Nein! Katschen! Hululu! Häh! Oder jetzt! Oder jetzt! Oder jetzt! Nein, oh! Oh, warte! Oh, ne, wird nicht mehr mein Kopf. Okay, warte, jetzt! Ich hab's! Oh, jetzt! Hululu! Häh! Vielleicht sollte mir mal jemand anders nehmen, aber egal. Zwei Versuche oder so. Häh! Oh! Oder Schlankleck! Oh, yeah! Top! Ging doch! War doch gar nicht so schwer! So, da machen wir doch noch mal hier. 100 Impossible Death. Okay. Naja, bye Daddy. Komm schon. Häh! Oh! Buh! Mann! Okay, komm schon, jetzt! Anfäuschen! Ja, soviel dazu anzutäuschen. Oh, jetzt! Nein, wir müssen irgendwie versuchen... Hier! Nein! Oh! Warte mal! Nein! Warte mal! Ihr blöden Harpoon! Ich will irgendwie antäuschen! Ja! Nein! Nein! Oh stimmt! Das könnten wir auch mal machen! Und jetzt! Häh! Oh! Hey, das! Ich hasse diese blöden Impossible Level! Häh! Jetzt abspringen! Ey, das wird doch in sieben Jubeljahren nichts! Antäuscht! Ey, ich mit meinem blöden Antäusch! Das funktioniert! So! Oh nein! Wir hatten es fast geschafft! Ey, die blöde Mine hat nicht da gewesen! Wieso wurde das denn jetzt nicht ausgelöst? Komm schon! Yes! Sprung! Ey, das sind... Ah! Nein! Oh! Oh snap! Ok! Konzentration! Und jetzt! Einfach nur rüber! Einfach nur rüber! Nein, wir landen auf der Mine! Wir landen auf der Mine! Ok! Jetzt aber! Oh! Nein! Aber doch! Nein! Oh! Oh! Mann! Ach! Wisst ihr was? Dieses Level darf ich mal heute gerne haben! Ich meine, wie am Freitag! Das Wochenende steht bevor! Und äh! Genießt es! Und wir sehen uns morgen mit euren Levels wieder! Haut rein!